Pain and Suffering heisst sie. Nein! Das kriegst du zurück, du kannst nicht schwuchteln. Ja. Wir haben die Kontrolle. Ja voll. Ich kille den einen und der wird gerade hinter mir respawnen und ich kille ihn auch. Doch Mann, verdammt fies. Ein paar von deinen einen schon selbst schmurgedanken, Mann. Scheiße. Scheiße. Feindliche Drohne online. Ich finde keinen. Drohne. Drohne. Glutenrünstig. Ja, aber das sind die ersten 5, die ich gesehen habe. Nein, der Wichser. Ja, ganz easy. Aha, so wenn wir das machen. So gut. Ah, so gut. Wenn wir's. Oh, go und. Go und. So schlecht. Oh Mann, ich hab mich den gefickt, ey. Ich hab einen gekillt und der andere schiesst schon während dem ich den anderen kille auf mich. Dann rutsche ich davon, kurz hinter einer Kiste. Er muss nachladen, ich komm nach vorne und tag ins Gesicht rein. Ich nehme ihn. Geh unter den Stieb! Nein! Hey! Drohnenaufklärer in Bereitschaft. Unsere Drohne ist online. Ich glaube schon. Die Drohne bereit. Unsere Drohne ist online. Zehn. Abschusserin. Ausgefallen. Ich weiss, sie würde mich anscheissen gegen mich spielen. Nein, aber ich meine wegen der EMPs und so. Die ganze Zeit. Ich habe Drohne EMP. Drohne EMP. Ich bin fast tot. Wir haben eineinvolle B foot��age. Und ich habe eineinvolle Bdung. Ich habe eineinvolle Bdung. Und ich habe Ihnen noch eineinvolle Bdung. Vielen Dank.